Manu, was machen wir jetzt? Hallo, Palle. Manu. Geht's dir gut? Alles okay? Ich verblute, Manu. Ja, warte, ich rette dich. Flieg irgendwo hin, wo wir in Sicherheit sind. Ma... Manu? Hallo, du bist wach. Ja, dir geht's gut. Wo sind wir hier? Ich hab ein Herz und zwei Hungerkeulen. Hast du irgendwie ein bisschen was zu essen? Ja, warte, hier nimm. Oder guck in die Kiste. Ich hab dich ausgezogen, als du krank warst. Du hast mich ausgezogen? Ja. Aber meine Sachen sind... Ist meine Rüstung kaputt gegangen? Ja, du warst nackt auf einmal. Warte mal. Ich versuche ihn mal ganz kurz. Verbandsmaterial. Oh! Zack, bin ich wieder voll. Das ist ja geil. Aber ich muss trotzdem jetzt noch ein bisschen was essen. Manu, wo sind wir hier? Ich hab dich gerettet. Ich hab dich auf dem Boden gefunden. Du wurdest angeschossen. Und Burgi hat sich verpieselt? Ja, der war nicht da. Oh Mann, ey. Und bevor jetzt nochmal ganz kurz... Gibt's ein bisschen Real Talk, meine Damen und Herren. In der letzten Folge. Für die Leute, die es vielleicht nicht verstanden haben. Das Ganze in der letzten Folge war ein Traum. Ich dachte eigentlich, dass das den meisten... Beziehungsweise, ich glaub den meisten war es auch klar. Aber einige waren halt verwirrt und haben gefallen. Es ist Freedom zu Ende. Wieso habt ihr alles gesprengt? Es war ein Traum. Am Ende habt ihr diesen Helikopterflug gesehen. So. Jetzt geht es aber ganz ruhig weiter. Manu, was ist eigentlich? Apropos Helikopter. Können wir hier irgendwie wegspleasen? Oder? Ja, der ist da hinten. Aber ich glaub der ist leer. Crap. Ist hier sonst noch irgendwas? Warte mal, ich werd mal hier noch ganz kurz ein paar... Ich hab mich hier nicht umgeguckt. Aber da hinten war noch ein anderer Raum. Okay, warte mal. Die M60. Oh, die Barrette nehm ich auf jeden Fall mit. Die Glock. Muss ich mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen... Ach komm. Nimm den ganzen Kram hier mal ein bisschen raus. Ja, ich muss ja meinen ganzen Krimskrams hier rausnehmen. So. Sag ich... Ja, ich lass mal hier die Glock. Direkt hier rechts. Hä? Haluten? Manuel? Seid ihr das? Hallo? Hallo! Hallo! Endlich! Wir haben euch Ewigkeiten gesucht. Ich kleine Frätze! Komm aus einer Maschine von so einem Hühnchen! Ich wollte, dass wir euch finden. Baut euch erstmal hier rüber! Hat der Steine gegeben? Alter! Wer hat noch Steine mitgegeben? Ähm... Ich muss euch... Entor oder so. Hat gesagt, wir sollen euch suchen. Woher wisst ihr denn, dass wir hier sind? Er hat es erschaffen und gesagt, durch so ein Portal geschickt und wir sollen euch retten! Krass! Wir wissen auch, wo ein Portal ist! Wir müssen uns einfach nur folgen! Ja, warte mal! Wir müssen erstmal hier gucken! Was? Wir kommen raus! Ey, das ist... Zu Freedom! Zurück! Aber er hat uns leider nur Steine mitgegeben! Ja... Leider läuft's in Freedom nicht so! Wir haben nicht so viel Waffen! Aber warte mal! Lass uns mal hier... Hier ist auf jeden Fall ein nicer Hangar! Oh! Oh! Was ist los? Oh! Guck doch mal da rein! Oh! Nice! Das ist ein Waffenlager! Das sieht sowieso aus wie hier! Als wäre das hier so ein alter verlassener Militärstützpunkt! Da hinten ist noch ein krasses Atomkraftwerk! Oh Gott! Oh Gott! Leute, Leute, Leute! Hier ist Rüstung drin! Ich hatte sowas noch nie in der Hand! Okay! Ganz ruhig, Zombie! German! Wir können dir helfen! Gute deutsche Ausrüstung! Oh ja! Deutsche Cars-Cars-Stiefel! Ja, die habe ich gecrafted natürlich! Zack! Zack! Alter, so sehen wir aus wie ein richtig krasser Squad-Leute! Ich fühl mich sehr autoritär! Leute, wir haben alle den gleichen Rang! Warte, warte! Ich war grad... Oh Mann, ey! In dieser schwierigen Zeit gibt es immer noch Sachen, die mich auf jeden Fall glücklich machen! Und das ist mit dem Zombie seinen Kopf! Jetzt wird hier keine Munition verschwendet, meine Damen und Herren! Wir müssen zu diesem Portal, was ihr erwähnt habt! Wir müssen da unbedingt hin! Ja, aber das ist da draußen! Aber erstmal, ich will hier doch gucken, was es hier so gibt! Also ich will hier so eine deutsche Rüstung haben, ey krass! Aber ich hab was passenderes! Hier! Schaut mich an! Ach, deine schöne Krone! Sehr, sehr sexy! Die behalte dich! Oh, ein Granatlerfer! Ja, hier! Oh! Hübsche Krone! Alter, okay! Wir können uns auf jeden Fall ein paar... Jeder kann ja irgendwie so vier Granaten mitnehmen! Ich hab drei mitgenommen! Nehmt euch auf jeden Fall! Geil! Ich hab ja Gott sei Dank noch ein paar Waffen! Oh! Oh, warte mal! Hier die Barrette-Explosiven! Oh, zieh! Okay, ich hab drei verschiedene Waffen! Wie funktioniert die? Okay, ich lad mal nach! Oh, oh! Das sieht gefährlich aus! Ja, das ist glaube ich so ein Maschinengewehr! Wie viel Schuss hat das? 100! Boah, okay! Oh, schieß richtig langsam und hat keine Geräusche! Ja, auf jeden Fall! Hier um die Ecke ist direkt eine Brücke über! Die müssen wir zurück! Haben wir denn irgendwie einen Gefährt oder so? Ja, wir haben einen Gefährt! Ja, wir haben einen Gefährt! Ich hab hier in meiner Hosentasche! Ein Hambi! Zum Aufbauen! Ja, perfekt! Ja, wie lange willst du denn bauen? Ach! Das geht gut zu! Kennt ihr diese Schwämme? Kennt ihr diese Schwämme, die man ins Wasser wirft und dann gehen die auf? Das funktioniert genauso! Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch das Ipshef? Was ist das denn da? Was? Manu! Was ist das denn da? Manu, wir knicken! Ist das... Ach! Klappt! Auf jeden Fall wollte ich ganz kurz... Im Ipshef gab es immer so Dinosaurier-Schwämme! Die hat man so ins Wasser geworfen und dann wurden die so groß! War aber immer eine Enttäuschung! Ich weiß nicht, ob jemand das kennt! Ach ja! Die kenn ich auch! Die fand ich ultra cool! Ja, aber die waren eigentlich mega lame! So, hier ist noch eine Skorpion! Hier ist noch eine Waffe drin, ne? Ja, ich hab eigentlich... Ja gut, dann lass uns so langsam mal auf den Weg machen, meine Damen und Herren! Ich hab... Wollen wir dann nicht hier raus? Hier, hier ist so ein... Oder... Oder wollen wir da lang? Ah, komm! Ich hab hier extra... Manu, komm mit! Was ist denn hier? Hier ist ne Treppe! Ne, hier ist ne Treppe! Ach so! Der ist meine Treppe! Der ist ne Tür! Der ist ne ganz normale Tür! Wo denn? Wir haben Steine mitbekommen, wir benutzen die auch! Ich geh über meine Steintreppe! Wir sind der beste Sport! Komm! Manu, hier ist ne Tür! Hä? Ja, wir gehen von zwei Seiten vor! Mit Stil, Alter! Mit Stil! Ah, nice! Oh! Entschuldigung! Vor der Nase zugemacht, ey! Ach, hier ist der gute alte Blackhawk! Ach, Manu, ey! Ja! Bist ein richtig guter Pinot! War ein bisschen knapp, ne? Mit der Landung! Ich kann mich... Ne, an die Landung kann ich mich nicht erinnern! Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, wie ich manchmal aufgewacht bin! Und du gesagt hast, jetzt hör auf zu schreien! Läuft der noch? Läuft der noch? Oder... Ne, der ist leider leer! Ach, schade! Ja gut, dann müssen wir hier... Habt ihr Blöcke! Ich kann euch sonst ein bisschen was geben! Ja, ich hab Steine! Ein paar Blöcke werden... Warte... Okay, Build Squad, Zombie! Okay, warte! Ja! Ich werf die wieder zurück! Build Squad, bau die Brücke! Okay! Eigentlich ist das ne Treppe! Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Wir bauen ne Plattform! Wie denn hoch schlägt? Also wenn unser Squad nicht vor dem Portal noch weggeflex wird von Burgi oder so, dann weiß ich auch nicht weiter! Oh Scheiße! Perfekt! Wir müssen improvisieren! Erster! Und jetzt auf die andere Seite! Okay! Weil wir müssen ja auf der richtigen Straßenseite fahren am Ende! Stimmt! Das ist Safety First! Also ne Anzeige will ich hier nicht bekommen! Das ist aber ein schickes Atomkraftwerk! Oh! Wattet Leute! Ich muss kurz in meinen Metall gucken! Oh! Genau! Gib ihm die nicht! Zu spät! Der verkauft die! Auf dem Schwarzmarkt! So! Dann steigt mal alle ein! Ich lad hier mal zack! Schön ein bisschen Fuh rein! Ich hab auch Steine! Hall! Dann geh ich am besten mal sehen! Dann sind ab! Squad! Seid ihr alle drin? Ja! Seid ihr alle gut drauf? Ja! Perfekt! Alter! Jetzt fährt das Partymobil los! Ey! Okay Leute! Dann lasst uns mal das Portal suchen gehen! Haben wir eigentlich einen richtig coolen Namen für unseren Squad? Team Vollgas! Team Vollgas! Yo, Piloten! Angriff! Angriff! Schneller! Attacke! Ja! Ist aber schön hier, oder? Was ist das denn für ein Scheißwagen, ey? Ah, das ist ein Sonnenuntergang! Ganz im Ernst! Stimmt, das ist echt romantisch! Der ist ganz sexy! Oh! Oh Gott! Was ist denn los? Nein! Leute! Oh nein! Oh Gott! Es brennt! Leute! Geht's euch gut? Ach! Gut! Was war das? Junge! Die ganze... Die ganze Brücke wurde weggefetzt! Oh! Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee! Ich glaube, meine Beine sind gebrochen! Oh nein! Egal! Oh! Ich hätte nunfalls Verbannzeug! Oh ja, Paluten! Ja! Paluten! Wollen wir den hier lassen und einfach wegwerfen und später einen neuen Klon machen lassen? Wir könnten ihn essen! Wir könnten ihn essen! Oh! 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 Ich glaube... Ist alles gut mit deinem... Was ist los, Maudato? Bring das nicht! Ich habe hier Blöcke für dich! Okay, perfekt! Ich habe noch ein bisschen graue Wolle! Sommer, ist alles gut mit deinem Nacken? Lass mich mal ganz kurz gucken! Was macht der denn? Komm, wie scheiße der hochbaut! Ja, mit deinem Nacken! Guck mal ganz kurz! Oh, das ist nicht mein Nacken, das ist eine Waffe! Äh, da! Oh! Ist noch alles drin? Ja, ja! Der Kopf ist noch im Nacken! Alles perfekt! Alter Friede! Ich habe Angst, dass der auf meinen Bauch gerutscht ist! Ne, ist alles im grünen Bereich! Oh, da fallen jetzt ein bisschen! Oh Gott! Bremst! Pass auf, pass auf! Meine Haare! Und deine Frisur! Meine Frisur! Deine schöne Frisur! Wie soll ich jetzt noch in irgendeinen Club gehen? Ach Mensch! Ah, das kriegst du schon hin! Okay! Krass, Alter! Da hättest du uns beinahe ein bisschen zerrissen! Das war eine große... Ja, ja, beinahe! Die... Ja! Ja! Es gab ein paar Verluste! Wir haben zwar keinen Humi mehr, aber... So, Leute! Minecraft hat die Explosion scheinbar hier oben nicht ganz so gut gefunden! Und ist einfach mal wieder schön abgestürzt! Und weißt du, Schuld ist das? Mal los! Was? Guck mal hinter dir! Was? Oh nein! Oh nein! Wir haben doch schon genügend Explosions! Guck mal! Was ist denn, wenn jetzt hier noch mehr... TNT! Hihihi! Da vorne ist jemand! Vorsicht! Mach mit! Vorsicht! Vorsicht! Oh Gott! Man wird nicht mehr ausgerutscht! Alter! Ja, aber das ist gut! Das ist gut! Das sind... Das sind Robot-Soldaten! Warte! Ich werf die ab! Okay! Squad! Angriff! Ich lade nach! Genau! Snipe die schön weg! Die Explosion! Wow! Die sind ja easy! Ja genau! Schön weg snipen! Schön weg snipen, Leute! Immer schön links, rechts! Aber Vorsicht! Da sind noch Zivilisten! Nicht die Zivilisten! Oh Leute! Der hat mich angreifen! Der hat mich angegriffen! Was wär denn? Das war Notwehr! Oh Leute! Leute! Wir können keine Zivilisten töten! Ja, aber warum denn nicht? Wir sehen alle gleich aus! Oh Gott! Die leiden doch in der Welt hier! Genau! Mach sie platt! Mach sie platt! Mach sie platt! Ja, natürlich! Oh Gott! Die sind ja böse! Paz! Maudado! Der Krieg ist nicht lustig! Oh Vorsicht! Da unten sind auch noch welche! Um meinen Trauma zu überspielen, muss ich lachen! Oh Alter! Ich hab hier aber schon ein paar Mal ganz gut gekostet! Die rennen auch gar nicht panisch weg! Was ist denn los mit dem? Paz! Unten hab ich alle gekillt! Okay, sauber! Huh! Ja, dann ist ein... Nimm Verbandszeug! Nimm Verbandszeug, Leute! Oh, okay! Falls ihr keins habt, kann ich euch was geben! Oh Gott! Ich krieg richtig viel Schaden! Ja, genau! Ich geh mir der Glock vor! Kein... Oder ich mach das einfach weiter mit der Barrett! Patz! Schnappt die weg! Headshot! Oh, das ist ein ganz normaler! Oh, nice! Junge! Los, Granate! Mann, du nicht! Ich hab... Wo ist die Granate? Die ist runtergeplumpst! Nee, ist da hinten gelandet! Okay, jetzt... Squad, kommt mal kurz zusammen! Squad zusammen, komm! Squad sammeln! Achso, das sind gar keine... Squad sammeln! Ja? Leute! Manu! Ja, was denn? Du hast heute nur ein halbes Stellen hier, weil... Du hast Zivilisten getötet! Was? Hab ich gar nicht! Natürlich! Ich hab die... Ich hab die alle abgeschossen! Ach, Zombie! Ach, so ist das! Dann krieg ich... Nein! Nein, Leute, Leute, Leute! Ernsthaft! Ernsthaft! Wir sind doch die Guten, Leute! Was ist mit euch los? Hört auf durchzudrehen! Das war meine Waffe! Hört auf durchzudrehen! Leute, wir müssen wirklich keine Zivilisten töten! Ich soll nicht durchdrehen? Ein Huhn hat mir erzählt, was ich zu tun hab! Ja, eben! Ganz ruhig, ganz ruhig! Äh, Paluten, da sind irgendwie 40 Stück! Jojojo, okay! Dann Zugriff, Zugriff! Bombt sie weg! Bombt sie weg! Genau, schön! Sauber, sauber, sauber! Oh Gott! Oh, ich bekomm aber wirklich echt Schaden hier! Was war das denn? Was war meine Granna? Achtung! So! Okay, genau! Ist der so ein Schwerk auch? Nee, nee! Und immer nur die mit den Roten! Da vorne auf der linken Seite! Ich schnapp den mir! Zack! Down! Alec! Zack! Was, Alec? Wo? Oh, der sieht aus wie Alec! Aber das ist Olli! Moin Moin, Alec! Alec schlä... Alec ist voller Blut! Kann ich den bitte mitnehmen? Bitte? Aber es ist Olli! 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 Alec! Olli! Olli der Sattler! Komm mit Olli! Sag mal einen Freund! Och nee! Finde ich doch ein Kind mit ihm! Finde ich ihn so toll für mich! Da hinten! Da hinten ist ein Ding! Ist ein Humvee! Oh! Ist der bewacht? Sieht nicht so aus! Okay! Dann stell hin! Okay! Hallo Freunde! Da bin ich wieder! Da bin ich wieder!